Die Indikationen zum künstlichen Hüftgelenkersatz sind relativ vielfältig. Es gibt auf der einen Seite die klassische Arthrose, bei der der Patient sich schon über Jahre mit einem Verschleiß des Gelenkes plagt. Und dann gibt es natürlich noch den akuten Fall der Fraktur, dass der Patient sich die Hüfte gebrochen hat. Oder aber auch im Nachgang, dass ein Patient viele Jahre, nachdem er eine Hüftgelenksnahe Fraktur erlitten hat, auf ein neues Hüftgelenk angewiesen ist. Die Technik ist unterschiedlich. Es gibt verschiedene OP-Methoden. Man kann von vorne, von der Seite oder von hinten an das Hüftgelenk gelangen. Wir in St. Georg machen das über einen minimalinvasiven vorderen Zugang. Die OP dauert ungefähr zwischen 60 und 90 Minuten und ist mit relativ wenig Komplikationen vergesellschaftet. Man kann sagen, dass die Hüftprothese eine der erfolgreichsten Operationen der Medizingeschichte ist. Über 95 Prozent der Patienten sind sehr zufrieden mit dem operativen Ergebnis und haben einen deutlichen Gewinn an Lebensqualität, der meistens schon eine Woche bis zehn Tage nach dem Eingriff genossen werden kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017